Ja, ich bin der Pionierhaus. Ich bin jetzt hier in der Baustelle von Böe, Schuhen und Fashion. Was ich normalerweise mache, ich bin Trendexperte, ich reise durch die ganzen Welt, spezialisiert auf Bars, Restaurants, Food und Beverage. Und das ist ja so eine Welt, die sich verbindet. Es gibt ja heute nicht mehr nur Restaurants oder nur Bars, sondern in jedem tollen Kaufhaus ist natürlich jetzt eine kleine Coffeebar. Überall findet man die Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken, sich mit Leuten zu unterhalten. Und das finde ich unheimlich gut, dass hier in dieser Riesenfläche, fast 4000 Quadratmeter Fläche für Schuhe und für Mode, eine Bar kommt. Und die Bar kommt quasi genau da hinten hin, also diese riesenbreite Wand, dass die Bar Rückwand. Davor bauen wir eine Gastronomie auf zwei Stufen. Das heißt, das ist wie ein schwebendes Wohnzimmer. Man kommt also rein in diese tolle Modewelt, hat einen Blick am Ende des Raumes auf eine Bar mit einer wirklich fantastischen Rückwand. Da ist der Peter Bödecker auch ein ganz, ganz Verrückter. Finde ich auch gut. Das wird nichts Langweiliges. Sieht diese Bar mit dem schwebenden Wohnzimmer. Und da kann man im Endeffekt natürlich sofort hin, sich überlegen, was man dann sonst im Raum macht. Schuhe kaufen, Mode kaufen oder einfach nur verweilen. Und das bauen wir gerade, planen wir gerade. Im Moment sieht man hier natürlich noch nichts, aber das entsteht in den nächsten Wochen. Und dann viel Spaß beim Essen, Trinken, Genießen. im Moment im Moment Bis zum nächsten Mal.